Dieses Expertenangebot der Woche ist ein Design-Highlight aus edlem, matten Chromagan-Edelstahl. Der abnehmbare Wassertank hat bis zu 800 ml Füllvolumen und der universelle Pad-Halter hat Platz für ein bis zwei handelsübliche Soft-Kaffee-Pads. WMF hat eigene Patente in diese Maschine mit eingebaut, wie zum Beispiel das WMF Pre-Brewing-System für eine optimale Entfaltung des Kaffeearomas während des Brühvorgangs. Mit dem WMF Perfect Crema-System gelingt euch auf Knopfdruck die optimale Tasse Kaffee mit der perfekten Crema. Und die Tassenfüllmenge lässt sich individuell programmieren. Ihr könnt euch durch den Heißwasserauslauf auch andere Getränke zubereiten, wie zum Beispiel Tee oder Chai-Latte. Die Kaffeepad-Maschine ist durch die WMF Eco-Energy-Funktion zudem auch noch energiesparend, weil sie eine Abschaltautomatik und einen Stand-by-Modus hat. Diese Kaffeepad-Maschine von WMF bekommt ihr in allen Expert-Fachmärkten für nur 49 Euro. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020